Liebe Herr Stucke, herzlich willkommen, ich erteile Ihnen hiermit das Wort. Ja, guten Morgen Frau Grabkowski, guten Morgen an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer unserer Gesprächsrunde. Ich freue mich sehr, dass dieses Thema so viel Interesse geweckt hat, das zeigt ja die hohe Teilnehmerzahl. Wir alle wissen, wie das auch von Frau Grabkowski kurz in der Begrüßung und in der Anmoderation erwähnt wurde, dass durch unsere Ernährung erhebliche Mengen an Treibhausgasen imitiert werden. Nahrungs- und Futtermittel werden angebaut und geerntet, Tiere aufgezogen, gehalten und geschlachtet, Lebensmittel weiterverarbeitet und häufig über weite Entfernung, wie an den Beispielen von Wolfgang Grabkowski eben auch schon zu hören, war transportiert. Auf allen diesen Stufen werden CO2-Emissionen frei. Und es geht weiter. Lagerung und Kühlung im Supermarkt und zu Hause auch beim Endverbraucher sorgen ebenso für Emissionen, beschließlich auch die Zubereitung. Verzehr und mitunter auch Entsorgung. Für diesen direkten Emissionen treten indirekte Effekte. Wenn zum Beispiel Grünland in Ackerland umgewandelt wird oder Regenwald abgeholzt wird, um Weideland zu gewinnen. Die Betrachtung der direkten und indirekten Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungskette bis hin zum Verbrauch macht bereits zwei Dinge deutlich. Erstens, die Klimawirkung unserer Ernährung zu ermitteln, ist ein enorm komplexes Vorhaben. Wissenschaftliche Untersuchungen kommen zu sehr unterschiedlichen Ergebnissen. Je nach Studie liegt der Anteil der nahrungsbedingten Treibhausemissionen bei 10 bis 40 Prozent. Klar ist aber, es handelt sich um einen erheblichen Faktor. Zweitens, so vielfältig die Ursachen ernährungsbedingter Treibhausgasemissionen sind, so zahlreich sind auch die Ansatzpunkte, diese zu reduzieren. Produzentenhandel und Verbraucher müssen dazu an einem Strang ziehen. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Jede Partei für sich genommen, kann nur wenig bewirken. Um effiziente und effektive Maßnahmen zu ergreifen, ist Transparenz notwendig. Ein Klimalabel, über das wir heute diskutieren wollen, soll oder müsste diese Transparenz beim Verbraucher sicherstellen. Heute kann ein Durchschnittskonsument am Supermarktregal ohne weitere Informationen kaum nachvollziehen, welchen CO2-Fußabdruck ein bestimmtes Produkt hinterlässt. Sollte man im Winter etwa zu Tomate aus der Region greifen, die im beheizten Treibhaus gewachsen ist, oder zu der, die aus dem warmen Süden importiert wurde? Untersuchungen zeigen, dass Verbraucher Lebensmittel wie Fleisch, Käse und Gemüse hinsichtlich ihrer Klimabilanz grob in die richtige Reihenfolge bringen können. Die tatsächlichen Klimawirkungen der Produkte werden allerdings konsequent unterschätzt. Ein Klimalabel für Lebensmittel soll hier Abhilfe schaffen. Doch kann es tatsächlich zu mehr Transparenz beitragen und in der Folge auch zu, und das ist der ganz entscheidende Punkt, zu einer Verhaltensänderung führen? Den ersten Teil dieser Frage wird man unter Umständen bejahen können. Beim zweiten Teil habe ich aber doch erhebliche Zweifel. Eine Flut bereits bestehender Labels und Kennzeichnungen zeigt, dass die erwünschten Wirkungen oft nicht erreicht werden. Sicher ist hingegen die Kostenwirkung auf Seiten der Hersteller. Insbesondere, das mache ich nochmal ausdrücklich an, bei verpflichtenden Labels. Vor- und Nachteile eines Klimawalabels müssen deshalb kritisch gegeneinander abgewogen werden. Ich freue mich, dass wir heute bei dieser Veranstaltung dazu Gelegenheit haben und wünschen Ihnen allen und uns allen einen interessanten Vormittag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.